Vor dem Spiel sollte man niemals auf Klo gehen, zwischen den Pfosten bin ich eine Legende. Für mich der gefährlichste Stürmer ist Marcel Musilak. Der beste Fußballer der Welt ist Shinji Kagawa. Wenn ich nicht an Fußball denke, dann an Essen. Zuhause beschäftige ich mich am liebsten mit? Schlafen. Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen? Alkohol. Fairplay ist für mich? Respektvoller Umgang. Mein größter Traum ist es? Irgendwann mal vor 5000 Leuten zu spielen. Nach dem Spiel sollte man niemals? Niemals nie ein Bier trinken. MÜZİK